Lüneburg, Rote Rosen ohne Simon Dahlmann. Gespielt von Tore Lütje, 31, ist unvorstellbar. Und doch verlässt er Lüneburg. Im Juli 2020 wurde Simon als Sohn reicher Eltern und meist gut gelaunter Sympathieträger in die Geschichte der ARD-Telenovela eingeführt. Mittlerweile gehört er zum festen Bestandteil des Casts. Zuletzt spielte Simon eine der Staffelhauptrollen und wollte Delay, Idealkanal, 33, heiraten. Doch die Hochzeit platzte, die beiden trennten sich und seine Ex verließ vor wenigen Monaten Lüneburg. Jetzt hat Simon offenbar dasselbe vor. Sein bevorstehender Ortswechsel deutete sich mit einem Traum an, nachdem er seine Liebe für die Arbeit mit Tieren gefunden hatte. In der Vision stand Simon mit Cowboyhut und unzähligen Schafen auf einem Deich an der Nordsee. Seit er Bauer Knut, Jaret Dibaba, 55, im Stall geholfen hat und klar war, dass ihn eine Pferdehaarallergie einschränkt, denkt Simon darüber nach, ob er Schäfer werden möchte. Er recherchiert zu dem Beruf und findet offene Lehrstellen nur in Halle an der Saale und in Bayern. Da ist es ein glücklicher Zufall, dass Knut ihm ein Praktikum als Schäfer auf Pellworm verschafft. Simons Traum wird Wirklichkeit. Rote Rosen. Simon bleibt nicht lange auf Pellworm. Sofort verabschiedet er sich, lässt seine Freunde in Lüneburg zurück und macht sich auf den Weg auf die Nordseeinsel. Ist das das endgültige Rote Rosen aus von Simon? Nein, da brauchen sich Fans keine Sorgen machen. Aus Simons Sicht endet der Inselausflug dagegen leider zu schnell. Nur wenige Tagen völliger Ruhe mit den Tieren in der Natur sind ihm vergönnt. Denn Leila, Alinda Yamatschi, 21, hat die Wahrheit über Valeries, Maike Johanna Reuter, 35, Schwangerschaft herausgefunden. Klaas, Sebastian Deile, 46, ist nicht der Vater, wie sie ihm weismachen will. Stattdessen ist es Simon, der nichts davon ahnt, was aus dem One-Night-Stand mit Valerie geworden ist. Also fährt Leila nach Pellworm, um es ihm zu sagen. Simon kann es erst nicht glauben und reagiert abweisend. Schließlich entscheidet er sich aber zur Rückkehr, um Verantwortung zu übernehmen. Klaas, Sebastian Deile, 47, ist nicht der Vater, wie sie ihm weismachen. Klaas, Sebastian Deile, 47, ist nicht der Vater, wie sie ihm weismachen. Klaas, Sebastian Deile, 47, ist nicht der Vater, wie sie ihm weismachen. Klaas, Sebastian Deile, 47, ist nicht der Vater, wie sie ihm weismachen.